Ein sehr schöner Hauswagenaufzug. Und zwar hier in St. Bernerhaus in Kappel. Ein sehr schöner Hauswagenaufzug. Und leider rufen die Etagenanzeige hier nicht. Oh man, ein sehr schöner Haus. Ich würde das jetzt auch vorhanden. Ich würde das jetzt auch vorhanden. Ich würde das jetzt auch vorhanden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schütz. Was war das denn für ein Aufzug? Oh mein Gott. Hier gibt es wohl mehrere Aufzüge. Aber leider werden wir heute nicht alle filmen können, da das Krankenhaus sehr gut ausgelastet ist. Ist ein Wohnhals. Das heißt sogar nur für Anwohner. Und das war's auch schön mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.